herzlich willkommen zurück zu fifa 23 europa pokal steht an mit norwegen wir haben ein schweres team erwischt also schwere gruppe kroatien england italien wird schwierig weiter zu kommen digital in england werden unschiebchen gegen kratzen müssen wir eigentlich gewinnt ja ich bin auch gespannt wie wir uns schlagen wunderschön erst mal den vier um mal gucken wie es weitergeht so so die er war da gut der gala stadt havert dies nicht mal aber diese das hat nicht mal das ist das ist auch so aus als ob ich den beifall übrigen rei getreten dort wo auch immer hinterpasst sollte ist hier immer noch aber jetzt kommt die flanke so der ball ist erst mal weg hörlich ach was ist das für baller parzer ist gefallen auch von starke war bleibt sich bei dem alter freistoß so hängt sich durch ich habe mich nicht getudelt ich habe das schon wieder das vorgesehen alter da verlieren sie den ball da wäre mehr drin gewesen oh ja ey, biestig BAM da geht auf jeden Fall keine Idee dabei hey, was ist das zum schuss gezwungen sag ich du perfekter passt ey wunderbar wunderbar bei der vierze denke ich immer das ist Bayer wohlfell gleiche Statur nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukopfen hab er hört der war schlecht hey hey so so habart komm da kommt die flanke schade habart ich hoffe dir wer wartet aber er kann aufatmen aus dieser Szene wird erstmal aber in deinem Fall blüht sich ja nicht auf wo ich dich hingeschickt habe kommst ins alter 72er werte 1 zu 1 1 bieter 1 zu 1 wieder unentschieden der spielverlauf ist völlig open wär ihr abseits gewesen glaub ich nicht blasic 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 ha abseits Kollege stehen bleiben oh was war das denn ja geht gut bei den keepern ist es wirklich gefährlich warum bleibe ich mit jedem spieler hängen aus dem metallern warum bleibe ich mit jedem spieler hängen aus dem metallern nach mann alter war ein richtig guter stand was wollen aber dann ist es eben abseits ja leider das wird die zeitlupe noch mal zeigen richtige entscheidung was hab hör nicht zu dem halbzeit 1 1 zu halbzeit verdient 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 das 1 1 geht kroatien weil die spiel noch nicht schade so komm so ähm ähm schade äh ja willkommen bei der nase ist grad so zu alter oh habart deine chance in der er ein tor zu schießen oder tut es ehemaliger 690er trifft das hat sie sich er er oder war wunderbar und dann dieses tor den ball einfach rein gehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten jetzt steht es hier 2 zu 1 eine enge kiste so weiter geht's weiter geht's da habe ich nicht durchbekommen naja ich habe eingespielt das habe sogar gehört aber kann auch sein dass der knopf gebraucht ist vielversprechender steilpass aber dann kommt doch nichts raus so äh 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 glück gehabt alter her jetzt wird sich in ordnung guter pass jetzt da sind sie mit diesem pressinger Schade, die ist ... Nils Head! Hallert! Immer ein bisschen zu kurz, die Flanke. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ecke? So, komm. Boah, was war das denn, Alter? Der macht den Salto. Gefühlt. Sie können den passen unterbinden. Zieh! Schade. Awe! Den Krieger. Hallert, trink dich durch. Ich hau den Weg. Was hab ich gewollt? Oh, nö. Perfekt. Hallert, komm. Hallert, komm. Wunderschön. So. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. So, komm. Ja, sieht schon mal gut aus, Alter. Fürs 1. Spiel, Alter. Direkt den 1. Platz sichern. Mit breiter Brust auftreten. Dann schaffen wir's noch weit. Also, ich sehe uns mindestens im Aktelfinale. Auch wenn's schwierig wird. Ich plädiere auf 5 Punkte, wir kommen als Zweiter durch. Italien wird gegen Kroatien und England gewinnen. So, mit Erster. England wird gegen mich verlieren und gegen Kroatien gewinnen. Meine Prognose. Oh, fast ein Ball getroffen. Das war fast der Knast. Wo ist die EM? Ist die EM nicht in Deutschland? Schade. Ich wär gespannt, wie da rein geflogen wär. Hätte ich getroffen. Äh, hätte er nicht sein Ball dazwischen bekommen. Oh. So. Ja, später. Bitter. Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Ja, da ist tatsächlich alles drin. Nein, ey, ich krieg den Ball tatsächlich noch. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Die sind... Äh. Pallern, natürlich. Dann sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Ja, okay. Der Schuss war scheiße. Das war schon mal. WUSS! NIVOL OF EVIDEN. NIVOL OF EVIDEN. NIVOL OF EVIDEN. WUSS! NIVOL OF EVIDEN. NIVOL OF EVIDEN. OO. WACH. KAUM BITTE DICH! NIMS! NIVOL OF EVIDEN. Gut verteidigt. ein wofür kroatien danke für diese blumen danke hallo denkt sich durch flanke zu ließen und drin ist das ding doppelpack da komme ich zu wollen überlegen spieler der weg muss der gute klasse spiel ist ja auch gleich erster wind der europameisterschaft wunderbar wunderbar weiter ach so ja ich muss ja wenden danke fürs einschalten bis zum nächsten mal euer blackboost haut rein so ja so ja